Ich muss nur noch SHIIIIIT! Auf der Videoaufnahme ist es nicht drauf, ne? Why you hate me? Nigge? Dicke Liepup is a finalist bitch on Pokemon. Ah, eingeladen! Und du hast es auch? Daaaannnnn! Bionic beanie! Kann ich das auch abschalten? Och, wie kack das bei dir aussieht! Hast du das auch nicht, ne? Kann ich das doch anequipfen? Haukerei anequipzes. Egal, jetzt lass es. Hier, empty, equip. Lass es doch. Guck mal, man kann doch voll die dummen Sachen kaufen. Ja, wir wollen jetzt mal nicht gucken, was wir kaufen können. Doch, wollen wir! Wir wollen den Leuten zeigen, was für Möglichkeiten Portal 2 hat. What the fuck? Oh, boah. Ihr Forschungspartner. Du Peabody. Erbsenkörper, bitch. Auch wenn mir gerade auffällt, dass du eigentlich einen Erbsenkörper hast. Erbsen noch rund, oder nicht? Und du hast den Dildokörper, den Moritz. Du hast den Dildokörper. Liegt eurem Partner zu. Hallo! Hallo! Ich bin für Atlas. Leider, du Schwast. Seon, wo ist deine Formel Sammler? Ich hab keine. Pfff. Oh, snap. Yeah! Ich hab ein rotes und ein gelbes. Blaues und blaues. Materialvernichtungsgitter, du Bitch. Hallo! Das Blue-Tool ist für uns im Internet, um eure Kräfte an bestimmte Stellen zu zeigen. Hä? Die versagen jetzt schon. Ah! Ah! Ne. Hä? What? Wo? Wie? Hä? Wo hast du denn dein anderes Portal gemacht? Unten, auf dem Boden. Hier. Kannst du das auch in meine Portale rein, oder was? Hier. Hm? Ping mal da hin. Wohin? Da. Dann kannst du da vielleicht durch. Verarschen. Hä? Ha! Ich seh mich. Wir sind doch schlecht! Was sollen wir jetzt machen? Leon! Ja, siehst du wohl. Aha! Dafür musste ich aber nicht pingen. Dafür musstest du einfach nur nachdenken. Du hättest mir das auch sagen können. Was denn? Leon. Was hätte ich dir sagen sollen? Ernsthaft jetzt, ja? Ding Cube. Wie komm ich denn da hin? Kann ich hier rauf? Oh, warte mal. Gib mir noch einen, gib mir noch einen! Hey! What the shit? Gib mir so einen Knopf, oder was? Gib mir so einen Knopf, oder was? Vielleicht muss ich... ...hier noch irgendwas machen? Hä? Renn doch einfach mal... ...durch dieses... ...durch diese Wand da durch. Kannst doch... ...durch gehen. Ja. Ich bin ja ein Idiot. Das ist ja übel drum, Junge. Ah! Ich lege! Warning! Connection Problems! Auto disconnect, ihm! Ah! Du spast, ey! Warum kackt dein Portal immer ab, Mann? Hammergut! Ich hänge am Robot Enrichment Center rum. Du Doma-Homo-Pirat! Sorry, Leon. Aber das war... ...nötig! Äh, äh! Na, was hast du gesagt, ne? Haha! Alte Grützwurst! Was? Glauben, Mann, ey! Und der Herr? Ist aber richtig schlecht. Lennon, nimm deine Socken hier weg. Die... Lennon! Die Moffeln! Leon, wir wollen uns jetzt nicht battlen, wir wollen, dass du Portal 2 spielst! Alter! Digger! Hast du mich jetzt eingeladen, ne? Ne? Ich hab' ja auch so den Artensoßschlörter! Fasa! Ja, jetzt zieh' ich nicht mehr ein, ne? Ne! Sie besuchen nur 70 Minuten da auf? Ja, aber das sind erst 300... na fast 400 Megabyte. Das geht doch voll! Bei... ...ultramodernen iPhone-Welt. Ich hab' ja auch geschleppt von Leon. Warum ist da eine Wii an, Mann? Das ist wirklich. Leon spielt übrigens Wii, ne? Holy moly! Willst du deinen PC jetzt mal wieder anmachen? Soll ich jetzt schon meinen Rockstar aufmachen oder erst später? Soll sie gar nicht hier aufmachen? Doch! Ich bin nämlich Pound! Du verursacht bloß Piepereien! Du Pieper! Hallo, du musst dir die Dinger auch schließen, ey! Ja, jetzt... da kannst du nichts gegen machen! Oma-Krauler! Fuck! So, ne? Du labete! Batapepe! Willst du frotzen, oder was? Nö! Du, ich brauch' gar keinen Atlas, weil ich selber einer bin! Ahaha! Du... Die Valle ist viel... ...duktiger. Tja. Ich glaub' er ist eher... er ist eher naiver. Nö. Hahahaha! Leon! Leon! Oh, snap! Toll, dein Typ ist nochmal schwerfällig und meiner läuft gay. Ja, nein, er ist auch schwul. Meiner ist cool. Nein! Hallo? Schwule kann auch cool sein! Ja, und? Aber deiner nicht. Du sparst! Du hast mich angedönst. Alter! Jetzt... Bist du wahnsinnig? Du bist doch ein Irrer, wenn ich gleich tot bin, ne? Ich bin gleich tot! Eh ned! Ahahaha! Leon, jetzt hör doch mal auf! Ernsthaft! Ernsthaft, du bist voll gay! Kannst du gar nicht sterben durch mich, oder? Wunderpro kann ich durch dich sterben. Ja, wenn ich mich eigentlich schon abwache, das sieht automatisch aus. Jetzt... Mach's einfach! Ja! Ja! Nee! Du Idiot! Du bist der Idiot! Nee, du bist der Behinderte! Und jetzt mach das mal ordentlich, wie es sich gehört! Ja! 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 Nochmal, der drückt! Ja! Naja! Ja! Ja! Du musst ihn mir irgendwie geben, glaube ich! Äh, das ist noch übel? Nee! Äh? Nein! Jawollt! Was machst du für eine Scheiße, der ist halt weg! Der ist nicht nur irgendwie! Der geht gleich abort! Ach, lass doch irgendwas machen, Junge! Na! Jetzt kommen wohl neuen! Du weißt, ich habe ihn zu bald durch die Welt, du kannst auch nicht, dass ich ihn nicht bett, nicht? Du kannst ihn noch machen, ich sag dir, geht's gut. Tidem! Ja, auf dir an. Na, da ist es über. Da musst du ihn noch jedenfalls reinnehmen. Nein, der sei fein! Der Rottetur ist tot! Ich habe noch mehr dauer. Ich habe noch eine Brutung, ich habe noch eine Brutung. Ich habe noch eine Brutung, ich habe noch eine Brutung. Leon! Ich kann auch noch weiter, ich muss auch weitergehen, aber wie denn? Diese Menschen müssen eigentlich etwas anerwsten, aber ich habe die gerriteten. Ich kann das erst mal meine Wien. ths Ich kann einfach nicht selbst reinlegen. Ja, wieder auch cool, sorry. Das heißt irgendwie... ...und wir fangen mal an. Wir fangen mal an. Wir fangen mal an. Wir fangen mal an. Wir haben die... Wir müssen den die ganze Zeit mit hier spielen und dann schiebst du den da irgendwo hin. Dann schiebst du den da an. Kira das gut? Ich kann es nicht explain. Das ist noch nicht drin. Das war die Tür. Das ist nicht so lang. Das ist wirklich sehr. Wollen wir an den Kopf runter. Es ist nicht so lang. Ich habe das eine Maschine aus. Ich habe noch. Es ist doch etwas zu sehen. Hallo! Hallo! Ich bin Tobias Lenser. Und ich fühle mich Lenserisch. Hallo, was ist los hier, dicker Bäm. Krissi Tosen hat der App, der Krissi Tosen. Gitarhius ist eine feine Sache. Meine Mutter ist eine feine Sache. Leon, komm jetzt hier, diese Brr-Bär. Body-Bär! Und unter Brösel, da krieg ich's nun mal, sag ich denn. Wui, 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 mach's gut, wui! Scheiße, wir haben gerade unsere Location verraten. Hungry for your asshole. Schwul. Alter Leon, du bist so schwul, ne? Da! Du hast gerade mein Porto denied, oder? Ne, ich hab gar nichts denied. Doch, du hast irgendwie geschockt. Ich hab gar nichts geballert. Waaat? Was? Ja, war geil! Tschau! Auw! Auw. Okay. Und du hast boot den her, recht developments sak Perennu. Und du hast Leo. Ich tin zwar etwas, solltest du, eine andere Response. Vielen Dank.